Tag zusammen und herzlich willkommen bei eurem Jojo Sojo und willkommen zurück zu Let's Play Age of Woolleen und meine Freunde in, 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 in einen Tag, in einen Tag, so wie das immer so schön im Internet steht, wenn das so schlecht übersetzt ist. Morgen, wer das Video hier am Erscheinungstermin, Veröffentlichungsdatum, den 20. anschaut, erscheinen die deutschen und französischen Clients von Age of Woolleen. Für mich ist das übermorgen, sprich heute ist für mich der 19., aber das bringt keine Veränderung am Datum. Am 21. kommen die deutschen Clients raus und ja, da könnt ihr euch, wenn ihr euch schon vorbereiten wollt, also beziehungsweise für diejenigen, die Age of Woolleen schon spielen. mit englischem Client, äh, die können, die bekommen auch eine Nachricht, also, falls, solltet ihr vielleicht mal reingucken, wenn ihr nicht so oft spielt, weiß ich ja nicht. Ähm, da gibt es einen Patch, ich weiß nicht, seit wann, ich hab auch erst jetzt wieder seit einer Woche, nach einer Woche wieder in den Client geguckt, wie so, beziehungsweise Age of Woolleen gespielt, wie so spiele gerade, und da stand dann, dass man einen Patch machen kann zur Vorbereitung auf den 21., wenn man diesen Patch herunterlädt und nach der Anleitung, die es da gibt, ähm, direkt mit Verlinkung installiert, also, dann wird am 21. direkt auf Deutsch aktualisiert, und man muss nicht komplett einen neuen deutschen Client herunterladen. Das ist nämlich ein Vorteil. Sprich, haltet euch daran, wenn ihr das gerne nutzen möchtet, also, beziehungsweise macht das noch vor dem 21., sprich, heute noch, wer das heute guckt, äh, am 20., und, ja, ich hab's noch nicht gemacht, weil ich hab mich noch nicht entscheiden können, ob ich das Spiel auf Deutsch weiter, äh, in Zukunft spielen will, oder ob ich beim Ancient verbleibe. Soviel zum Thema, und weiter geht's dem Geschehen. Wir haben hier gerade eine wunderschöne Kiste geöffnet. Wo, äh, ein Moneybag und noch irgendwas anderes drin noch. Das hab ich gerade vergessen, was war denn noch drin? Ich weiß es nicht mehr, ich hab's vergessen. Tja. Ähm. So, was? Stimmt, wir hatten ja, ach, stimmt, da war ja dieses Weid. Wir sollten ja Affen töten. Na, dann würde ich mal sagen, gehen wir auf und töten. In der heutigen Folge. Affen töten. Ach, Gott, hier. So. Lirum Larem Löffelstil, wie steht's denn mit dem Horror-Spiel? Da, uh. Ist ja jetzt nicht gerade viel noch übrig. Dann essen wir doch mal das feinste Fischfilet in scharfer Chilisauce. Dann sollten wir jetzt relativ, irgendwie, jede, nee, was? Das stand irgendwie, oder jede Stunde? Kriegen wir, ich weiß nicht. Auf jeden Fall kriegen wir da regelmäßig Eier. Ferry. Oder nicht, eine Stunde lang jede Minute plus eins oder sowas. Jedenfalls sollte das erstmal reichen. Sortieren. So. Und jetzt. Was macht die denn da? Äh, was? Challenge beteiligt. Nee, danke. Ich möchte nicht mich bekämpfen, äh, mich rumschlagen. Woher diese Fehler manchmal kommen? Das ist, das ist... Aber es hat es wieder abgenommen. Es ist nicht mehr, wie es mal kurz war. Wo es sich schon seit... Hab ich da schon ein Stück länger so, dass es nicht mehr so schlimm ist. Aber manchmal sieht man es eben noch. Äh, bla 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 da. Nee, warte mal. Hä? Ich schätze ganz verkehrt im Kopf. Wir müssen doch da lang, oder? Nicht? Ach, wir müssen auf der... Achso, weil der Gebirge dazwischen ist. Dann müssen wir wohl da lang gehen. Jetzt bin ich schon wieder so nah. Ich wollte mich entspannt zurücklehnen. Kleinen Moment. Ich muss mal hier automatisch weiterlaufen. So. Also, es ist etwas so. Ja, was ich sagen. Gehen wir unten noch schnell zum Weg. Und dann warte ich noch die kurze Zeit ab. Ich muss nämlich mal für 10 Sekunden verschwinden. Also. Ihr wisst ja, wie es gemeint ist. Äh, sind wir jetzt nicht hier? Auf dem Pfad? Doch, ja. Okay, dann bis gleich. Und da bin ich auch schon wieder. Feine Entschuldigung. So, jetzt müsste es eigentlich von der Lautstärke exakt sein, wie vorher. Wir haben jetzt nochmal superknarren Stuhl hier ranrücken. Und jetzt geht's wieder. Eisschuldigung. Die habe ich in der Tat noch nicht gesehen. Oder ich bin blind. Denn wir sind ja schon mal vorbeigelaufen. Seltsam. Aber sieht schön aus. Muss man schon sagen. Man kann nicht sagen, dass Age of Wune nicht optisch ansprechend ist. Das wäre Quatsch. Man braucht nur eine entsprechende Grafikkarte, um auch auf vollsten, auf, auf ihn vollste Auflösung zu spielen. Wobei, also, ich sag's nochmal. Ich habe eine GTX 87 von AVGA, die Classified Version. Und die ist natürlich gut übertaktet. Die werte weiß ich aber gar nicht aus dem Kopf. Aber erstmal geht's hier ums Affenschlachten. Ich habe jetzt übrigens mal ein paar Screenshots machen. Wenn das so funktioniert. So, äh, wie weiter geht's. Insufficient Rage. Hier, was sind da los? Der war gut. Boah. Wirklich? Oh Gott. Ah. Ich wurde jetzt echt... Oh mein Gott. Ich wurde von Affen... Affen verprügelt. Ich glaub's ja nicht. Das gibt's ja... Das ist ja mal krass. Holy Sheet. Ja, bin ich jetzt wahrscheinlich wieder. Ja, ne, doch. Doch, wirklich nah. Krass. Das ist ja mal heftig. Krass. Krass. Hätte ich nicht gedacht, dass die so viel Power haben. Ähm. Recovers. Ja, das nehme ich dann kurz davor. Und... Das auch. So, einmal das. Und einmal was. Was? Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Nein, jetzt schlacht wieder zwei auf mich ein. Was ist der Scheiß, ey? Erstmal regenerieren. Gott sei Dank. Das ist natürlich clever. Medicine. Ja, jetzt gut ist hier die Aggressivität weg. Das ist natürlich etwas schlecht, das wollte ich nicht. Aber ich muss ja was mehr heilen. Increased Snow, okay. Ähm, effective medicine pill. Daily amount of key. Ne, das klingt mir zu sehr, zu sehr. Eternal power. Und das ist live. Und das ist internal power. Tja, was nehmen wir denn jetzt? Cold green. Nehmen wir sie mal noch hier. Yeah. Refreshing. Geht das hier jetzt? Wird das mehr? Ich weiß es gerade nicht. Also das wird auf jeden Fall mehr, das sehe ich aber. Internal power. Und das hier ist, äh, das ist live. Blood activating grass. Sonst, das hier ist auch live, okay. Also, was kann man gerade nicht nehmen? Wie ist das denn? Blood activate. Ist immer noch cooling down. Aber jetzt. Jetzt soll es wieder frei sein. So, dann könnte ich jetzt auch mal wieder angreifen. Was will, warte, 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 warte. Ein Changbei, giant ape. Defeat, giant ape from Changbei Mountain. Changbei Mountain, giant ape. Defeat, giant ape, king. Ach, king. Und der ist wo? Komm her, du Bimbo. Komm her, du Bimbo. Das ist eigentlich voll effektiv, irgendwie. Mensch, den einfach mal wieder zurückschleudern. Und schlagen. Ah, die haben schon ordentlich Kraft, muss ich sagen. Ey, Affenschwanz, oh. Na geil. Wie viel müssen wir von den Killen? Fünf Stück, oder? Ja. Fünf Stück. Dazu muss ich auch erst meinen Herrler kennen. Na komm. Follow me. Und wieder. Komm. Und wenn der wieder losläuft, dann drücke ich. Palm in your face. Wie viele W言 bin ich könnte. Peace. row sehr.